Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Kannst du nicht Golf spielen wie jeder andere? Du hast mich rausgeschmissen, den Kontakt zu unserer Tochter abgebrochen und ignorierst unseren Sohn für deine lächerliche Schweinefamilie. Oh mein Gott. Du steckst wirklich in der Krise, oder? Verfolgen Sie mich? Nein. Haben Sie ein Date? Ich besuche das Grab meiner Mutter. Tut mir leid. Ich schreibe dir weiterhin, trotz deines Schweigens. Bist du immer noch wütend über mein freimütiges Geständnis? Wie viel Zeit habe ich noch? Ein Jahr, Monique. Kinder sehen ihre Eltern nicht alt werden. Du wirst für deine Mutter sorgen, ja? Ein Hausschweig? Ein Rabbi-Freund? Die machen dich glücklich? And his loneliness won't leave me alone. Well, I guess I have to cry. I have to cry. Muss man sich Freundschaft gestehen, wie man das bei der Liebe tun würde? Ich glaube schon, Harry. Aber mit Schweigen. Ich glaube schon, Harry.